Nee, Springer von der AfD-Fraktion. Ja, ach so, gut. Lieber Kollege Dr. Michelbach, ich bin etwas irritiert. Also zunächst bin ich irritiert, weil Sie unseren Gesetzentwurf, von dem wir alle hoffen, dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzt, zu einer Grundsatzfrage machen. Das halte ich nicht für angemessen. Wenn Sie uns inhaltlich stellen wollen, dann sollten Sie sich auch inhaltlich mit unserem Antrag auseinandersetzen. Das mal eine erste Bemerkung vorab. Dann stelle ich fest, unser Antrag ist Ausdruck von Nationalismus, er ist Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, er ist der Ausdruck von Hetze gegen Ausländer. Und zu guter Letzt wollen wir mit unserem Antrag auch noch Hand an die Ordnung der Europäischen Union legen. Ja, die Europäische Union zerstören. Das alles werfen Sie uns vor. Das alles soll Gegenstand unseres Antrags sein. Herr Michelbach, ich frage mich, Sie als CSU-Mitglied haben ja der Rede meines Kollegen Gottschalk hoffentlich gut zugehört und haben verstanden, dass er gesagt hat, dass dieser Gesetzentwurf bereits im vergangenen Jahr von der bayerischen CSU-geführten Landesregierung in den Bundesrat eingebracht wurde. Da frage ich mich nun, sind Sie ein Hetzer, der gegen Ausländer hetzt? Sind Sie oder ist die bayerische Landesregierung eine Landesregierung, die die Hand an die Ordnung der Europäischen Union legt? Sind Sie ausländerfeindlich? Das ist meine Frage. Herzlichen Dank.